hallo liebe seher von krypto tv hallo alle ab löcher in österreich falls ihr euch fragt warum ich heute am 19 juni 2023 es ist ein montag es ist wenn ich im schatten stehe ein sehr sonniger montag ihr wisst ich bin ein nachtschattengewächs und eigentlich ein bisschen sonnenschüchtern und deswegen verdunkelung und schattenstellplatz das werden wir jetzt ändern wir sind nämlich geübte fußgängste wie wir aus der vergangenheit schon festgestellt haben und deswegen setzen wir uns in bewegung wir ist einmal mehr der elvis an der kamera und ich der roman am geprabbel falls ihr euch jetzt wundert ob ich da was vertauscht habe das habe ich mir von der spö abgeschaut die können nicht zählen die sind sich nicht sicher welcher kandidat wer ist und damit ist eigentlich auch schon erklärt mitten im pride month warum ich quasi sage an die alle löcher da draußen das ist nämlich das einzige wort das mir einfällt dass man nicht gendern muss wenn man idioten und idiotinnen usw das ist immer so anstrengend da setzen wir einmal über und deswegen hätte ich gesagt machen wir das einfach eben mit ablöchern das ist nämlich gender neutral und alles ist gut ja wie gesagt dass mein pride month sind habe ich schon festgehalten ob man einen ganzen monat braucht um auf auf randgruppen hinzuweisen sei dahingestellt genauso wieder hingestellt zeit ob es zielführend ist hat dass in diesem land ein teucht meister immer noch für gesprächsstoff sorgt und immer noch auf freiem fuß wandelt ohne verhandlungstermin dazu gibt es videos von express tv erwähne ich hier an dieser stelle schaut es euch an so wie es ausschaut wird in der österreichischen film und fernsehlandschaft viel gemacht das macht aber nichts weil wir wissen ja jetzt auch das ganze 5000 und ein paar zerquetschte wackere österreicher ihr stimmrecht wahrgenommen haben und einspruch bzw eine stellungnahme zum orf haushaltsgebühren gesetzesentwurf abgegeben haben zur erinnerung in österreich haben wir über sechs millionen zeichnungsberechtigter immerhin ganze 5000 und ein bisserl was haben ihr demokratisches recht genutzt deswegen eben die arab löcher da draußen und der roman und ich also tatsächlich ist es so dass ich kein spöler bin also ich kann noch zählen zur not auch bis 600 und ich weiß natürlich dass der roman an der kamera ist und ich wieder selbstverliebt blöd daherrede und falls euch fragt warum wir das überhaupt tun wir sind auf dem weg heute am nachmittag zum platzl trotz der sonne trotz der hohen temperaturen also in deutschland würde da lauterbach kalle bereits vorangeschritten daran arbeiten einen hitzeplan zu entwickeln die im zweifelsfalle auch lockdowns beinhalten sollten und ich habe ja die befürchtung nachdem wir ja spitzenreiter der vertrottelten nationen des westen sind und dabei immer schön im schulterschluss uns von den deutschen bundesbürgern den blödsinn abgucken dass das bei uns vielleicht danach kommt also nutzen wir das heute wo wir noch frei rumlaufen dürfen trotz knapp 30 grad aus und gehen zum platzl also jenem großzügigen eingangsbereich der linzergasse in salzburg da soll nämlich heute eine polit sprechstunde mit irgendeinem vp-vertreter stattfinden und nachdem die vp-vertreter ja jetzt einen koalitionspakt mit den sogenannten keller nazis haben sprich wir in salzburg schwarz-blau haben kann man ja mal gucken wie sich dieser gute mann in einer sprechstunde tatsächlich verhält wenn er ein paar kritische fragen gestellt bekommt und deswegen gehen wir da hin ja also wie gesagt dass wir viele jahre eine partei in der regierung hatten die mit unserem steuergeld gefuhrwerkt hat ihnen minister gestellt hat und ähnliches die nicht zählen kann sprich die sozis haben wir jetzt aufgegriffen dass in österreich vor kurzem die eu-parlamentarier aller fraktionen außer der fpö für einen antrag der eu für einen nato beitritt der ukraine gestimmt haben sei am rande auch noch erwähnt ein weiterer grund warum ich immer so gerne und so oft bemerke dass es sich um ein vertrotteltes land handelt ja was gibt es sonst noch so der österreichische rechnungshof hat ganz im sinne der vergangenen linie einmal mehr geschwurbelt dass nicht nur der test wahnsinn mit 5,2 milliarden für fragwürdige tests ohne jeden hintergrund und ohne jeden plan jetzt auch die impfpolitik genauso betrieben wurde sprich auch ohne jeden plan österreich hat bis zum jetzigen zeitpunkt über 70 millionen impfdosen für knappe 9 millionen einwohner erworben ist aufgrund von knebelverträgen angehalten weitere zu erwerben und ja wie gesagt farmerl lässt grüßen und ganz ehrlich die liste wäre jetzt so lang was man so im kleinen noch bemerken könnte aber dann wird das intro schon wieder viel zu lang und nachdem wir uns ja kurz halten wollen hätte gesagt lassen wir es damit gut sein gehen jetzt ins schöne dunkle das heißt verdunkelung weg wir stellen dann auch dort wieder fest dass auf dem auf dem gemeinsamen plakat keine zusatzbeklebung mehr drauf ist was gemeinsam alles erwirkt wurde die wechseln ab die seiten das ist immer die schoko seiten wenn wir da gehen und auch hier wurde die tür gereinigt also nicht von graffitis nicht von die anderen sticker aber auch hier wurde was gemacht die bumsen sind weg die bumsen sind weg langsam gewinne ich hier den eindruck dass wir einen hohen anteil unserer seerschaft bei krypto tv aus den reihen der politisch woken korrekten lieben kleinen haben die in ermangelung einer sexuellen orientierung eines jobs oder sinnvoller freizeitgestaltungen unsere videos schauen und dann immer den tag folgen wo wir waren und dann am nächsten tag oder noch am selben tag wenn sie es gesehen haben irgendwelche sticker runter glätseln wir werden also in zukunft einfach nicht mehr auf so viele sticker aufmerksam machen vielleicht hängen sie da länger so damit bin ich jetzt einmal raus und den nächsten einstieg gibt es dann wenn man am platz ist am beginn der linzergasse wo bevorstehend am wochenende dann das linzergassenfest stattfindet ja auch die stadt salzburg hat am wochenende eine unite parade und ein linzergassenfest gleichzeitig bewilligt angeschlagt und eingeplant wie sinnvoll zwei mega events an einem samstag zusammentreffen sind das stelle ich jetzt einfach mal so ein abrede oder das darf sich jeder selber beantworten ist aber wurscht hier wird es wieder laut ich bin raus wir sehen uns dann am platz verdunklung auf noch nicht ganz am ziel aber damit ihr wisst philipp zöllpointner gemeinderat schneiderger bursch ist der junge mann den wir heute aufsuchen und ich würde mir wünschen dass sie irgendwie über der stadt wegen der hitze ist der klimawandel wir werden alle verbrennen ein windrad drehen würde das ist allerdings windstill vielleicht sollte man so machen wie die grüne abgeordnete die unlängst im burgenland bei einem lokal augenschein in einem windpark wo sich die rede ebenfalls nicht treten kompetent gemeint hätte na ja vielleicht sollte man die windrad einfach elektrisch antreiben wer das für blödsinn hält der darf sich dazu bitte den beitrag von christoph steiner glaube ich heißt der gute mann anschauen der sich sehr treffend dazu geäußert hat der raumann werden verlinken so jetzt warten wir bis es da grün wird obwohl die grünen wie gesagt alles elektrisch antreiben wollen was elektrisch chrom erzeugen soll ein schelm wer das nicht lustig findet dann werden wir hier übersetzen und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie am ziel und das ganze sogar an mehreren polizeistreifen vorbei ohne dass der roman sofort festgenommen wurde dieses schicksal droht ihm ja leider nach wie vor noch aber mal schauen vielleicht können wir das heute umgehen sonst gibt es einen wirklich fliegenden wechsel und es ist dann tatsächlich der elvis an der kamera falls der roman verhaftet wird was wir wie gesagt hoffentlich heute nicht erleben so weit so gut wir sind weiter am weg zum platzl da steht auch noch mal der gsölk da hinten in voller größe und in farbe im hintergrund ein paar einheimische und viele touristen also an dieser stelle sei die schwurbler fraktion der sonntags truppe gegrüßt die erklärt hat es ist ihr vorrangiges ziel die touristen zu erreichen mit ihren aktionen was er immer das dann bringen soll ja wir sind am platzl angekommen die landes- und kulturhauptstadt salzburg zeigt sich von ihrer wohlbekannten kompetenten seite schön und ordentlich mit einem mobilklo das aus gründen des babyelefanten abhaltens weil toiletten ein ort unhygienischer art und weise sind mit einem zaun separiert wird wie man es dann benutzt weil es zugesperrt und eingegittert ist weiß ich nicht aber man stellt fest der andrang hier ist fast genauso groß wie unter dem gelben sonnenschirm da werden wir jetzt einfach einmal hingehen hallo tag sind wir die ersten am 1 sind und werden wir uns nur eins holen und hoffen dass das noch erfolgreicher wird also ihr seht einmal mehr direkte demokratie interessiert den österreicher unglaublich wie eben auch diese 5000 stellungnahmen gegen das ORF zwangsmaßnahmengesetz schon gezeigt hat auch hier ein unglaublich überfüllter stand habe ich gesagt genauso wie beim tixiker ich glaube in der eisbude da ist jetzt mehr los das werden wir uns jetzt anschauen der roman findet natürlich drinnen nicht wie ich eiskaffee kann man sich vorstellen ich finde es geil zumindest gehört die sprechstunde dann heute ganz crypto tv so schaut es aus also wir karten wir sehen uns gleich wieder so hallo nochmal schönen guten tag jetzt haben wir uns ein bisschen abgekühlt wir wären von crypto tv das ist für Sie damit Sie wissen mit dem Sie es zu tun haben nachdem der anderen ja hitzebedingt ein bisschen zu wünschen überlässt darf man zwei drei Fragen stellen naja Sie machen hier heute Bürgerrat man sagt man kann als Salzburger hier mit Ihnen eine Sprechstunde abhalten wir sind Salzburger und würden dem gern nachkommen und es hätte natürlich gleich die ÖVP inzwischen so scheu geworden wenn es da echt dran liegen ist man gerne ohne Kamera also Sie stehen ja jetzt auch hier öffentlich und sprecher mit jedem warum es interessiert mich als Journalist und Medienbetreiber schon warum man da Unterschiede macht stehen Sie nicht zu Ihrem Wort doch aber ich muss nicht das ist mein natürliches Recht so wenn ich mir ein Interview geben habe oder dann im Internet auch sein macht das ist ja spannend ok gut ist auch ein Statement also Sie gehören ja der österreichischen Volkspartei an und die selbe gehabt ja vor kurzem was die EU-Parlamentarier angeht ein klares Votum dafür abgegeben dass die Ukraine wenn der Konfliktort wann immer ja vorbei sein sollte möglichst schnell in die NATO aufgenommen werden können da braucht man Ihnen nichts mehr zu sagen da braucht man Ihnen nichts mehr zu sagen wenn es mal bei Ihnen treffe ich gerne an die zuständigen EU-Parlamentarier errichten ich bin für kommunale Themen in der Tat ich wollte eigentlich nur Ihre persönliche Meinung als Salzburger also als Österreicher sprich als neutraler Mensch offiziell wissen wir Sie dazu sagen dann vertreten Sie da die Parteilinie also meine persönliche Meinung ist Frau Sprecher-Holler es geht darum wir sind da um Themen für die Kommunalpolitik zu sammeln sehr gut dann machen wir Kommunalpolitik wenn Sie mir in der Frage auch ausweichen das ist auch Ihr gutes Recht probieren wir es damit Ihre Partei war federführend im Corona-Maßnahmen-Wahnsinn ich sage jetzt rückwürdig Wahnsinn da ein bisschen drauf gekommen ist dass da quasi doch eventuell einiges übertrieben wurde was ich hätte sein müssen ich sage auch an Kosten viel entstanden ist was ich hätte sein müssen wie gedenken Sie denn wieder Bürgernäher zu werden wie gedenken Sie denn eine Wiedergutmachung am Bürger für den Schaden der unter anderem auch so Ihre Mitwirkung in der Regierung da stattgefunden hat das ist auch kommunalpolitisches Thema und das Vertrauen zu Russland genau deswegen machen wir das Gesprächspunkten um in Kontakt mit kommunalpolitischen Themen zu bleiben der alte und wieder bestellte Landeshauptmann hat ja quasi gesagt obwohl es in Niederösterreich anders ist dass man zum Beispiel widerrechtliche Corona-Strauten in Salzburg nicht zurückerstatten wird das finde ich ist sehr wohl Regionalpolitik und nachdem der Landeshauptmann Aha also ist der Landeshauptmann quasi Sie können gerne ans Berufen einen Landeshauptmann schreiben Interviewanträge stellen können Freize Semmer und dann wird er einer Antwort geben können Ich halte fest ich glaube ich brauche keine weiteren Fragen stellen weil Sie werden keine davon ernsthaft beantworten dann wünsche ich Ihnen noch sehr viel Erfolg heute hier alles Gute für die Zukunft schönen Tag Danke Sie haben Sie sich wohl Schönen Tag Ja, ihr seht Spirit of Mozart Mozart, der ja zu seinen Lebzeiten rebellisch um nicht zu sagen fast ein bisschen punkig war würde sich wahrscheinlich in Anbetracht dieses nicht sagenden Interviews der Bereitschaft überhaupt ein Interview zu geben und sich zu irgendetwas der eigenen vermurksten Politik der letzten Jahre zu äußern wahrscheinlich ein bisschen übergeben aber ja, so ist halt das wenn man der österreichischen Verbrecherpartei es gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung und deswegen kürzen wir das einfach ab nennen das weitestgehend wie der ÖVP angehört da kann man einfach außer viel heißer Luft die heute dem sonnigen Wetter geschuldet ist sehr, sehr, sehr wenig erwarten Geile Sprechstunde Spannend war, ihr habt gesehen wir hatten das Feld für uns also der Andrang der Salzburger ist nicht allzu groß aus der sonstigen sogenannten Schwurbler- und Widerstands-Community wo er erwartungsgemäß auch keiner da da wird die Frage gestellt wann darfst du den Eltern erzählen, dass du hetero bist naja dann so schön und drüber steht Aktivismus macht Spaß naja, also in Anbetracht solcher Interviewpartner die viel reden um nichts zu sagen und sogar eigentlich nicht mal viel reden um nichts zu sagen sondern kurz um gar nichts zu sagen hab ich jetzt wieder furchtbar viel geredet wir schließen mit schönen Impressionen vom lock behängten Wortwitz in Bezug auf Lockdown Feingold Steg und da gibt es jetzt eine Sonderausstellung in der das mitschuldige Salzburg ein bisschen seine Geschichte aufarbeitet ja wie gesagt damals hat man Völkergruppen ausgegrenzt es ging die Guten, die Herrenmenschen gegen die Bösen heute läuft es unter Z28310 und hat sich nicht groß geändert die Wissenden werden wissen worum es geht die Anderen startet einmal den Goggle macht es einmal was Sinnvolles wir leben ja schließlich in einem Land mit mehr smarten Phones als smarten Leuten wie gesagt hier Lockdown sozusagen wenn man sich wieder runter tut und hier haben wir jetzt wie gesagt in Schildern zur Linken und zur Rechten am Steg angebracht Aufarbeitung der Vergangenheit finde ich grundsätzlich gut halte ich aber in Anbetracht der Tatsache dass man wie gesagt in diesem Land immer noch so weit war bis vor kurzem dass man einen Ausweis über die Reinheit des Blutes belegen musste um einkaufen gehen zu dürfen damit sind wir jetzt wieder beim vorhin erwähnten wieder bestätigten Landeshauptmann Wilfried dem Weitsichtigen ja da ist das halt so der Roman hält jetzt einmal ganz kurz inne dann sind wir damit auch schon draußen mit dieser Spende weise ich nochmal darauf hin ich habe schon gespendet für den Fall Darian H. dürfte aber trotzdem noch Geld auf die Konten eingehen damit ist unsere heutige Pressesprechstunde wo man Bürgern auch nichts sagt und nur ich viel Schwafle beendet danke fürs Schauen Baba wie war das jetzt mit den Kontrollen im Handel kommen die jetzt im Jänner fix oder wenn die Zahlen wieder steigen die kommen fix die kommen fix die kommen fix das habe ich dem Handel bereits gesagt offen ist noch 3. oder 10. Jänner dass jedenfalls zumindest an den Kassen der grüne Pass kontrolliert werden muss und wer keinen grünen Pass vorweisen kann der kann auch nichts kaufen nur gemeinsam ist alles machbar wir haben seit Montag dieser Woche in Salzburg die strengsten Maßnahmen mit Oberösterreich gemeinsam in Österreich aber es ist richtig dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein wir verbieten den Leuten außer Haus zu gehen gemeinsam ist alles machbar